So, noch mal im Auto, ein Special, eines von meinen Lieblingen, das ist das Mäuseschwänzchen. Guckt euch das mal an, man meint gar nicht, dass das eine Pflanze ist, könnte auch ein Tier sein. Das Mäuseschwänzchen ist eine Art unserer feuchten Äcker, unserer Fahrspuren und vor allen Dingen unserer Weideeingänge. Dadurch, dass unsere Kühe von den Wiesen verschwinden und von den Weiden, wird nur noch gemäht, wenn man nur noch mäht, mäht man diese Pflanze dauernd ab und das Gras wird ganz dicht. Die Weideeingänge sind ganz wichtig. Tränk- und Melkstellen, das war die Stelle, wo das Mäuseschwänzchen wuchs. Und was sieht man? Blüht die oder blüht die nicht? Die blüht. Das sind die Blüten. Mehr kann die nicht. Das ist ein Harnfußgewächs. Ihr kennt alle die Butterblumen. Kriechender Harnfuß, scharfer Harnfuß, wolliger Harnfuß, golde Harnfuß, brennender Harnfuß, knolliger Harnfuß, Sumpftotterblume. Alles Harnfußgewächse. Das ist auch ein Harnfußgewächs. Das finde ich das Tolle an den Experten von früher, dass sie das erkannt haben, was das für eine Familie ist. So eine Pflanze, wenn ich die sehen würde, wäre ich nackt wie die Art selbst. Ich wüsste nicht, was es ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Arten retten, dass wir es der nachfolgenden Generation übergeben, dass wir es auch in 100 Jahren noch haben und in 500 Jahren. Das ist so eine tolle Art, die begeistert mich. Die haben wir eben hier von einem Ackerrand, völlig unvermittelt, haben wir diese Art an einem Ackerrand gefunden. Ich habe die Art seit Jahren schon nicht mehr auf dem Acker gehabt. Ist die nicht schön? Jetzt sagen natürlich 9 von 10, was ist das für eine Pflanze? Ich finde die super klasse, weil die erstmal selten geworden ist. In vielen Bundesländern ist die auf der roten Liste. Und weil das ein absolutes Unikum ist. Eine Rakete, unverkennbar. Es gibt nur ein einziges Mäuserschwänzen weltweit. Das ist dieses hier. Die Gattung Myrosurus. Und Minimus heißt klein. Myrosurus Minimus, also eine Pflanze, die relativ klein bleibt. 10 Zentimeter sind schon viel, 15 sind schon ganz viel. Und das ist ein Prachtexemplar mit 20 Fruchtständen. Diese Mäuserschwänze, das sind die Fruchtstände, da sitzen die Samen dran. Wenn die Art reift, fallen die Samen hier raus, bröseln weg. Ich bin begeistert von dieser Pflanze, das kleine Mäuserschwänzchen.